Charmant schön guten morgen ihr lieben ja es ist noch ganz früh wir haben es gerade viertel vor zehn ich weiß schon die katze hat es nicht auf die küche geschafft ich weiß schon bei center shop der macht anscheinend früher auf ich war um 9 uhr da da war schon alles auf und schon ganz viele leute drin da muss ich mal gucken nach den neuen öffnungszeiten bei center shop und bei pennymarkt ich bin nach pennymarkt gefahren um buttermilch zu kaufen weil ich ein buttermilch brot backen wollte und ich habe alles gekauft nur keine buttermilch weil ich kenne da eine von denen nennt sich das denn von der arbeitenden bevölkerung da verkäuferin ist ja nicht es ist ja einzelhandelskauffrau keine ahnung wie man das dann von den angestellten und mit der habe ich mich dann verquatscht und die buttermilch vergessen wir haben die ganze zeit vor der buttermilch gestanden ich hätte sie nur noch in den wagen tun müssen ich hab's total verpeilt gut backe ich heute kein buttermilchbrot backe ich dann ein anderes brot oder ich warte bis zum nächsten einkauf ich schreibe mir ab jetzt immer ein zettel egal ob da nur ein teil drauf steht oder nicht ich bin so ich zeige euch mal was geworden ist also ich bin nach center shop gefahren um hier unsere gas kartuschen zu tauschen in wieder volle und ich habe bei center shop diese tollen dinger hier gekauft das sind silikoneis formen diese schmalen dinger die es eigentlich zu kaufen als pappkarton gedöns gibt mit deckel zum selber befüllen in diesem wunderschönen pink und blau ja dann können wir selber diese ich weiß nicht wie die dinger heißen ist ja kein quetsch quetscheis quetschis quetschis sind diese komischen obst dinger gut auf jeden fall hat mich der einkauf bei center shop 20 euro 95 gekostet die silikonformen kosten 3 99 und die kartuschen jeweils fünf euro und dann war ich noch bei penny markt ja ich bin ein opfer ein harry potter opfer meine mama hat mir gesagt es gibt wunderschöne wohnwagen vogelhäuser jetzt habe ich die beiden gekauft ich weiß nicht ob es da noch mehr auswahl gab mit dem surfbrett finde ich jetzt nicht so hübsch aber der war nur noch einmal da deswegen habe ich es von jedem eingekauft die kosten zehn euro das stück wir haben einen auf dem balkon aber der ist mittlerweile sowas von verhuddelt der ist ja schon zehn jahre alt oder so und der ist durch der kommt weg und jetzt haben wir zwei wunderschöne neue dann habe ich acht kinder joy gekauft dass die ganze lage quasi alles was noch da war jetzt gekauft mir egal die sind super lecker und ich habe die noch nie so vorher gekauft ich glaube eins vor vor diesen einkäufen eins weil kinder joy war mir immer zu teuer jetzt ist harry potter drin ich will jetzt gucken ob der harry potter drin ist bin so ein richtiges opfer ja laugenbrioche rolls habe ich wieder mitgebracht ein emmentaler blog zweimal wieder hähnchenkassler musste mit und dann habe ich die hier gesehen ich weiß nicht wer von euch frub kennt das ist jetzt anscheinend so eine günstigere variante das ist unten joghurt und oben frucht topping das hier ist jetzt erdbeer dann haben wir hier noch für sich maracuja zitrone und himbeer und so was fruchteliges mit joghurt habe ich das bock drauf gehabt und wird bei uns auf jeden fall gegessen und ich habe es gefunden apfel birnenmark zwei stück in den ganzen zwei lagen mit diesen gläsern also ein glas pro karton lage ganz viel apfel banane und ganz viel nur apfel und jeweils nur eins ich habe dann meine bekannte halt gefragt ob das normal ist dann sagte ja apfel birne geht bei uns so schlecht deswegen bestellen wir immer nur die zwei ich so gut dann bestell mal mehr weil ich brauche mehr am besten trägt den ganzen karton für mich allein weil ich liebe apfel birne gut jetzt habe ich wieder zwei da komme ich ja auch erst mal wieder ein bisschen mit aus ich kann ja nicht so ein ganzes glas in einen quark sondern ein drittel von dem glas kommt in einen halben quark also 250 gramm quark mit einem drittel davon es durfte auch wieder mit maiskölbchen die waren jetzt leer und ich habe mir die noch mal mitgebracht von exquisa die zero quark joghurt creme mango und kokosnuss ein dinkel vollkornbrot habe ich mitgebracht vielleicht mag ich das heute dann einfach so mal schauen ja der ganze spaß hat gekostet 48 euro 78 ja gut die sind halt teuer klar und hier kassler und käse ist teuer und die kinder joy sind auch teuer und hier habt ihr noch mal ein bisschen katzen content und die schmuse katze guck mal in die kamera die ito ist wie maus bist du warm hast du in der sonne gesessen ja so und für alle die mädchen da ist die mädchen mädchen hallo mädchen na mädchen schön auf küche du nie tun machst du da so ein bisschen katze 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 ja schmeiß mal dein motor an ich habe die richtige stelle noch nicht gefunden sonst schnurrt sie viel viel lauter magst du heute nicht mehr sagen mäh mäh bis heute schweigsam ja mädchen 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 ja gut ihr lieben das war's von mir von hier für heute ich lade das jetzt einfach so hoch auch wenn es nur ein paar minuten ging mh ist mir egal